Jedes Brennen ist anders und schreibt seine total eigene Geschichte. Und jetzt habe ich für lauter Aufregung vergessen, lieber Markus, dir das Mikrofon zu geben für die offizielle Eröffnung, oder? Kommen wir an, die Lautabdeckung. Worte. Das hatten wir ein Tick schneller, war sein Lanzmann der Arme Mosella. Erstmal sind die Sitzung. Untertitelung. BR 2018 Witter, langweilig ist auch Sanomu. Zwei Mal Gesamten, Sieger Vortragung. Zwei Mal Gesamten, Sieger Vortragung. Zwei Mal Gesamten, Sieger Vortragung. Den Fk gedauert. Aber wenn wir das mal sehen, dann haben wir das mal wieder. Ja, okay. Und der Mix ist mit der Norma. 2.5 km von Deutschland entfernt, Faustdorf, Wormelinie 266.3. Die Räume ist in der Nähe von der Räume. 15, bitte zum Vorstart. Der Schweizer, der im Team von Simoni Facioli fährt. Er hat viele Rennen gewonnen, er ist Olympiasieger, wie wichtig ist das, wenn solch ein Konkurren am Rhein schreibt, und dann ist das einmal ein Rennen. Warner-Ware 1-Hation 2-Hation 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 1-Hation 1,5 km Seiner Klasse. Auf der Klasse. 11, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29, 30, Keine Wurz. ... und die Fahrzeuge heute in den Friedrichsnetter reinkommen sind wir an. Hier auf Gaspass 2005. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Superbroker, der Bordsatzung 2.50 Minuten. 3 Fahrzeugung, genau so ist es. 3 Fahrzeugung, genau so ist es. 3 Fahrzeugung, genau so ist es. Eine Zeitgestaltung. Und dann, wir werden selbst aufgemacht. 3 Fahrzeugung, 150 kmh. Damit wechseln wir zu den silenzierenden Fahrzeugen. Meine Freunde, meine Begelehrung aus dem Konto ist der Konto 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 der Konto. Dino Gephardt, er erzielt eine 238.09 nach seinem Norma F20. Dino Gephardt, erzielt eine 238.09 nach dem S5-7. 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 Die Sch calls zu den O-7.10 g und Andre Schwung ist an der Flش anzubluigt. Wachten wir müssen die Bedeutung der flüten S5-7. Wannerетрünfte Saarberg RSE ... für die Startnummer 208 für den Organismus. ... für die Artikeln und in diesem Moment, die Stichwort hat. ... der Auftakt für die Europameisterschaft ist ... ... bis 3000 cm³ zunächst einmal nehmen wir den HZR. Das war's für heute. Ja und allein macht er auch etwas, was man tun sollte, tun könnte, haben wir jetzt keinen Druck hier, dem wir zwei Fahrzeuge wünschen. Wir brauchen uns nicht nur ein Kürzüger, aber nicht nur ein Kürzüger, sondern auch ein Kürzüger, sondern auch ein Kürzüger, der wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt nicht mehr so viel, was wir jetzt nicht mehr so gut sind. Gäste, 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 Gäste Gila, der Striemechaniker, der 39. Ja, Automechaniker aus der Chechnische Republik. 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 Vielen Dank.